Die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, hat gestern Abend der USA, der Wirtschaft und auch dem US-Dollar, wenn man so möchte, den entscheidenden Stoß verpasst. Im letzten Jahr hieß es ja noch, die Zinssenkungen, da werden nächstes Jahr massenhaft kommen. Im ersten Quartal 2024 werden die Zinsen wieder drastisch sinken und man wird die Wirtschaft wieder ankurbeln und man wird entsprechend die Zinsen, wie gesagt, herunternehmen. All das ist jetzt endgültig nicht passiert und gibt im Prinzip der These, die wir hier schon seit Wochen und Monaten aufstellen, nochmals recht. Trotzdem ist der Goldpreis über Nacht auf ein neues Allzeithoch geklommen. Wir wollen uns das heute ganz kurz gemeinsam anschauen, was jetzt die Folgen sein könnten. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Wenn ihr hier von unserem Kanal etwas für euch mitnehmen könnt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ganz einfach unterstützt, kostenlos, völlig einfach mit einem Daumen nach oben oder einem kurzen Kommentar. Das freut uns und wie gesagt, hilft uns auch die Videos weiter im Algorithmus zu verbreiten. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die das schon tun. Ihr bekommt selbstverständlich auch Freikarten für die Investmesse. Schreibt uns dafür einfach die Investmesse Deutschlands größte Anlegermesse. Wir haben großen Stand. Wir bringen auch CEOs mit von Firmen, die wir vertreten. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Wochenende. Das Ganze ist in Stuttgart. Schreibt uns einfach für Freikarten. Wir freuen uns, wenn wir euch dort dann persönlich treffen. Also, was ist jetzt gestern passiert? Ja, die FED hat im Prinzip etwas getan, was vielen schon klar war. Ja, sie haben die Zinsen nicht gesenkt. Jetzt hat man entsprechend ganz offiziell auch entschieden. Man möchte in diesem Jahr noch weiterhin drei Zinssenkungen vornehmen. Ja, das ist zumindest mal der Plan. Ob ich mir das gut vorstellen kann, das lassen wir mal so stehen. Jetzt soll eben entsprechend Mitte des Jahres angeblich die erste Zinssenkung folgen. Davon geht Stand jetzt ja ein Großteil der Ökonomen aus. Wird das so eintreffen? Puh, gute Frage. Ja, wir sehen ja, warum konnte die FED bisher die Zinsen noch nicht senken? Naja, erstmal, die Zinsen wurden hochgeschraubt, um im Prinzip dieser massiven Geldmenge, die man auf den Markt geworfen hat, entgegenzuwirken. Man hat versucht, mit höheren Zinsen, die in einem Rekordtempo gestiegen sind, dem Markt möglichst viel Liquidität zu entziehen. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad gelungen. Man konnte eben entsprechend die Geldmenge etwas runternehmen. Die Inflation, die kam auch von einem Hoch entsprechend wieder runter, ja, ist jetzt aber trotzdem wieder in den letzten Monaten gestiegen. Und auch für diesen Monat, für März wird entsprechend eine höhere Inflation erwartet von den Banken. Wie kann das denn aber sein, wenn man etwas Liquidität aus dem Markt genommen hat? Nun ja, das Ganze kann natürlich in dem Moment sein, dass ja Inflation einen Warenkorb berechnet. Ja, auch das, sei mal dahingestellt, also eigentlich kann man die Inflation, die einem genannt wird, immer mal zwei nehmen, um ein halbwegs realistisches Bild zu bekommen von dem, was wirklich am Ende des Monats im Portemonnaie weniger ist. Ja, weil der Warenkorb, der wird geschönt ohne Ende. Jetzt sieht man eben, oh, wir haben ja große Probleme. Wir haben Krieg, wir haben Konflikte, wir haben Handelsrestriktionen, wir haben die Blockade im Prinzip, wenn man so möchte, im Roten Meer, weswegen Handelsschiffe längere Routen nehmen. Deswegen werden auch schon Containerschiffe und natürlich auch die LNG-Tanker teurer. Energie ist nach wie vor eines der teuersten Güter, ja, natürlich gerade auch hier bei uns in Deutschland. Man merkt also, dass die Inflation aufgrund von anderer Faktoren jetzt nochmals deutlich angeheizt wird. Das ist das, was wir hier schon lange sagen, das ist auch das, was Dimitri Speck sagt. Und Dimitri ist sich ja auch sicher, dass wir ein inflationäres Blasenplatzen erleben werden. Sprich, wir haben jetzt Welle 1 der Inflation gesehen, Welle 2, Welle 3 kommen noch und die können noch viel heftiger werden. Und all das, was gerade hier passiert, das spricht vollkommen dafür. Es möchte nur von den Offiziellen niemand aussprechen. Das Problem ist jetzt, ja, was macht man eigentlich in den USA dort gerade für Spielchen? Denn die Wirtschaft, die echt so kratzt unter dieser extremen Zinsbelastung, Gewerbeimmobilien, möchte keiner mehr haben, kann sich keiner mehr leisten. Es geht ein Gewerbe nach dem anderen pleite, auch in den USA. Die Zahlen sind schon auf Rekordhöhen, ja. Das sind Firmenpleite, die dort jeder Mensch kennt. Ich meine, stellen wir uns mal vor, bei uns in Deutschland ist es noch nicht so schlimm, aber, wobei, hier sind auch schon viele Firmenpleiten, aber stellt euch mal vor, dass fast alle Firmen, die ihr hier in Deutschland kennen würdet, die ganz normal zu Deutschland zählen, nach und nach über die Wupper gehen. Das passiert inzwischen schon da drüben, dass die Leute sagen, wie, die sind auch pleite? Und ja, das ist Realität. Die hohen Zinsen belasten die Wirtschaft umso mehr. Aber wir sind ja in einem US-Wahljahr. Das heißt, man möchte jetzt natürlich versuchen, die Inflation nicht hochschnellen zu lassen, muss auf der anderen Seite aber auch versuchen, ja, irgendwie die Firmen aufzufangen. Demnach gehen wir davon aus, dass es in den nächsten Monaten durchaus wieder, ja, Rettungspakete für Firmen und für Banken geben wird. Die werden aber erstmal eben entsprechend, ja, unter dem Radar laufen, ja, dass man sie nicht mit in die offiziellen Zahlen mit einfließen lassen muss, denn sonst wird es schwer mit der Wiederwahl für Biden. Denn, ja, dieses American First, was Donald Trump eben propagiert, ja, das wird zumindest auch in den Umfragen, stand jetzt, dann deutlich mehr Leuten gefallen. Davon muss man ausgehen und die, ja, wollen natürlich alles dafür tun, auch seitens der Fed. Jerome Powells Job hängt da dran, dass Donald Trump nicht gewählt wird. Wir sehen also, wir haben hier eine extrem verzwickte Situation. Wir werden nochmals weitere Startschulden bei den US-Amerikanern sehen. Wir sind schon bei 34,5 Billionen Dollar. Das wird jetzt innerhalb von kürzester Zeit Richtung 50 und dann auch innerhalb von den nächsten Jahren Richtung 100 Billionen Dollar gehen. Die Inflation wird hochschnellen und man muss dann wieder mit hohen Zinsen dagegen arbeiten. Ja, die Zinsen werden jetzt auch garantiert nie wieder auf Null gehen in den nächsten 10, 15 Jahren. Davon kann man stark ausgehen. Das heißt, auch alle Buchverluste, die die ganzen Banken jetzt haben, die werden uns noch deutlich weiter belasten. Da werden wir in Zukunft noch tiefer reingehen. Aber ohnehin werden wir hier in den nächsten Monaten noch sicher einige Bankenpleiten besprechen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Leider, es sind schwierige Zeiten. Wir sehen aber der Goldpreis. Die Zentralbanken merken, dass die kaufen Gold. Die Professionals merken, dass die flüchten mehr ins Gold, weil man merkt ganz eindeutig, hier stimmt etwas gewaltig nicht. Es könnte zeitnah krachen. Wir werden sehr wahrscheinlich auch nie sehen, dass die USA 100 Billionen Schulden, Entschuldigung, bei entsprechend 10 Prozent Zinsen hat. Das kann man gar nicht mehr bewältigen, das kann man gar nicht bezahlen. Das ist den Menschen klar. Deswegen flieht man ins Gold. Und ich glaube, wir werden hier auch eben entsprechend bei den Minenaktien in Zukunft eine massive Rallye sehen. Die Goldminenaktien sind die letzten Jahre extrem undervalued. Wir blenden euch hier ein paar Charts ein. Und wir werden die Rallye sehen, auf die viele Anleger so lange gewartet haben. Bei Gold, bei Silber, aber vielleicht auch dann entsprechend bei anderen Rohstoffen. Spätestens mal, wenn die schwere Zeit überwunden ist, werden die Rohstoffe entsprechend auch einen Boom haben. Es gibt viele, die sagen, wie können Rohstoffe in so wirtschaftlich schweren Zeiten, werden Rohstoffe nicht hochgehen? Nicht von der Nachfragerseite, da gehen wir demnächst nochmal drauf ein. Der Rohstoffzyklus wird, wenn auch eher von der Supply-Seite, also von der Angebotsseite angekurbelt, denn das Angebot schrumpft immer weiter. Und ja, wenn es so weitergeht, dann können eben nur höhere Rohstoffpreise, wir haben es beim Uran gesehen, den Markt unterstützen. Ja, jetzt würde mich interessieren, was denkt ihr? Glaubt ihr auch, jetzt hat man dem US-Dollar, den USA endgültig den Gnadenstoß verpasst? Oder sagt ihr, nein, nein, das kann man noch retten? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich schon und ich freue mich auch, einige von euch auf der Invest-Messe persönlich zu treffen.